Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-Fach und ratet mal, wen wir in der letzten Folge vergessen haben. Ihn hier. Der ist auch schon fast da, der hing an der Brücke, deswegen hat er auch keine Nachricht geschmissen. Ich gucke mal, ob der jetzt hier sauber runterkommt. Sieht ganz gut aus. Das Mineralfutter, Kraftfutter, wie auch immer, ist angekommen. Dann kann der erstmal weg. Und der fährt noch. Das sieht alles tiptop aus hier. Das ist unser kleiner Hoftrecker. Den fahre ich jetzt mal schnell dahin, wo er hingehört. Und dann ist hier nämlich langsam, dann können wir das hier nochmal weg sortieren. Dann ist hier langsam mal wieder Platz auf dem Hof. Und ich überlege, ob wir dann direkt nochmal schnell eine Halle setzen. Ich glaube, das könnte Sinn machen. Nach vorne gucken beim Fahren übrigens auch. So. Okay. Mist haben wir schon einmal gefahren. Die Zuckergrüben-Schnitzel-Geschichte. Wo hängt der Thorion? Äh, der W190. Der ist weit gekommen. Das muss man ihm lassen. Oh, und der hat sogar so ein Ding umgefahren. Schäme dich. So, ein zweiter Versuch. Okay. Das hier oben habe ich erstmal abgestellt. Da werde ich mich jetzt demnächst dann darum kümmern. Dass wir das vielleicht irgendwie hinkriegen. Ist ja gar nicht so einfach, dieses Modding. Muss ich gestehen. Okay. Dann, hier ist schon wieder jede Menge Holz. Ich möchte aber... Pass mal auf. Ich möchte aber auch noch mit denen... Das heißt... So weit wie möglich. Dass man da... Ich denke aber... Das könnte sich ausgehen. Das noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Der steht da ganz gut. Ja. Äh... Den ab. Dann fahren wir dich erstmal aus dem Weg. Gut. Motor starten. Ein bisschen hochfahren. Dann bringen wir das hier einfach hier nach vorne. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu lang. Ich glaube aber, das geht sich aus. Ne, ist eher zu kurz. Oh, da habe ich mich verschätzt. So, den hätte ich nämlich gerne hier. Fangen wir mal von der Seite aus an. Dann. Motor an. Hopp. Können wir den ausfahren. Machen wir den ruhig mal so ein bisschen... Ne, das sieht blöd aus. Das sieht realistischer aus. Und dann habe ich den wahrscheinlich jetzt aus Versehen ausgemacht. Ne? Okay. Förderbänder sind super. Strom muss hier noch her. Ist einfach so. Strom muss hier noch her. Kann mir irgendjemand erzählen, ist das hier einfach so als Garage gedacht? Weil hier soll ja anscheinend nichts untergestellt werden. Da hätte man das doch auch alles so ein kleines bisschen anders machen können. Schnitzel füllt sich langsam auf. Stroh brauchen wir auch. Ja, hier ist ja die Kapazität. Die, ich glaube, die werde ich von Hand mal ein bisschen hochstellen. Schaut mir das gerade mal auf. Wenigsten, weiß ich nicht. Also mehr als... Es gibt, wir haben es ja ausgerechnet im Livestream. Genau einen Tag hält das. Das ist mir zu stressig auf der Karte sowieso. Also Biomasse, Kraftwerk. Das müssen wir mal erhöhen. Keine Ahnung. Sehfach ungefähr. Das wäre nicht immer davon genervt. Dann ist ja auch fürs... Das Spielen dann immer und ewig das Gleiche. So. Okay. Einmal das Gewicht umhängen. Ich warte jetzt eigentlich auf die Meldung, dass... Ach nee, wir können mal erst mal... Nochmal in der Bäckerei knust. Bisschen Mehl anbringen. Ich kann das jetzt nämlich nicht mehr auf Verteilen stellen. Weil die Dessertfabrik auch Mehl braucht. Und bis zur Dessertfabrik darf ich es eben nicht machen. Deswegen habe ich das ausgestellt. Aber ihr wisst ja, ich stapel auch gerne mal einen weg. Ich stapel auch gerne mal einen weg. Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. So, und ich definiere mich ja nach klassischer Rollenbeschreibung noch als Mann. Dein Mann würde lieber riskieren, alles fallen zu lassen, als zweimal zu laufen. Also stapel ich das selbstverständlich hier erstmal alles ein bisschen aufeinander und nehme es dann auf einmal mit. Tipptopp. So, und jetzt ist es nämlich so, schaut mal, dadurch, dass wir die Bäckerei so aufgepimpt haben, verbrauchen wir jetzt tatsächlich unser Mehl. Und das bedeutet wiederum, mit der Dessertfabrik brauchen wir mehr Mehl. Und das kriegen wir wiederum mit einem Hafer und einem Sorgumfeld. Ist angekommen, was ein Timing. Wie sieht es denn aus mit dem LKW, wollte ich eigentlich wissen. Die Blondine, scheiße, der Reifen ist platt. Die blonde Freundin, ganz platt. Nee, sagt die erste Blondine. Nee, nur unten. Die restlichen kann ich schon wieder alle nicht. Ah, da ist einer. Uh, der ist ganz schlecht. Den lese ich beim ersten Mal vor. Ja, könnt ihr euch schon mal freuen. Ich wollte eigentlich nachgucken, wie weit wir mit dem Befüllen der BGA sind. Natürlich nicht weit. Dann läuft das wahrscheinlich jetzt gleich mal auf Null. Dieses Jahr werden wir kein Heu produzieren. Wir haben genug Heu. Wir werden beide Grasfelder für Silage nehmen. Das wird uns auch einen guten Schritt nach vorne bringen. Okay. Du fährst bitte zum Mistaufladen. Nee, warte mal. Wir machen es wie folgt. Du fährst mal zur Silage. Und der Messer. Der wird jetzt mal eingestellt. Q Mistaufladen. Tipp. Und MW Mist. Dann können wir da glaube ich nämlich ein, zwei LKW Ladungen nochmal wegschaffen. Und dann ist nur noch dieser Mistposten überhaupt. Dieser Mistposten. Dann kann ich ein bisschen was wegparken. Das ist unser Kalkstreuer. Hier würde mir jetzt, ich habe es schon so oft gesagt, einfach wie viele Liter Kalk hat der schon verstreut. Ganz einfache Frage. Na. Das wird ja hierbei. Das. Ja. Na. Wer hätte denn das gedacht. So. Wollen wir mal schauen. Also hier raus komme ich ganz bequem rein. Dafür brauche ich aber ein bisschen Platz. Die Frage ist natürlich, muss ich mit den ganz langen Sachen wirklich hier reinfahren oder kann ich das nicht auch hier machen? Und der kann nochmal und die große Halle, mit denen kommt man eigentlich ganz gut hin. Das heißt, so allzu viel Platz müsste man hier gar nicht lassen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, weil wir diesen Platz hier haben. Ich meine, wir müssten, wir müssten die amerikanische Flagge vielleicht entfernen. Was wahrscheinlich dann wiederum nur mit dem Editor geht. Aber ich habe gerade überlegt, ob man sich einfach. Also so eine würde ich ganz, würde ich cool finden. Irgendwie. Mal eine Halle. Aber wir könnten natürlich auch so eine. Na gut, die würde ja trotzdem irgendwie gehen, ne? Okay, die kostet jetzt aus Versehen über eine halbe Million. Dann die vielleicht. Theoretisch würde sogar das passen, aber das passt halt nicht hier hin. Würde mir nicht so gut gefallen, was ist mit. Ja, das. Aber wir haben doch überhaupt keine Halle. Ah, die finde ich wiederum nicht so cool. Die finde ich wiederum sehr cool. Würde auch ein bisschen zum Thema passen. So. Hm. Die ist auch sehr cool. Die ist von innen mehr so hallig. Würde aber nochmal mit dem Anbau hier sehr cool aussehen. Die hier stünde. Oder? Wir können natürlich auch erstmal einen noch hier hinsetzen. Das würde uns auch schon sehr viel bringen. Da müssten wir nur diesen einen Baum entfernen. Das können wir machen. Habe hier noch irgendein Träger, mit Potenz hier rumstehen. Also das mit dem Baum, da braucht er jetzt nicht traurig sein. Dem habe ich ja schon vor 75 Folgen gesagt, dass er gehen muss. Das Rohr zuerst ausfahren. Okay. Dann von G-Set. Und machen wir den jetzt hier weg und dann machen wir da noch so eine Halle hin. Dann haben wir wirklich innerhalb von zwei Folgen gefühlt mehr gemacht als in den letzten 20. Aber ihr müsst das immer so sehen. Das ist natürlich auch die der Lohn für die Mühe. Ich bräuchte nur noch mal, da muss ich gleich noch mal gucken, irgendeine Halle, wo wir diesen ganz Kleinkram hier so reinstellen können. Hier sowas und sowas und sowas und die ganzen Trecker. Da fehlt mir irgendwie noch was. Ist ja das vielleicht gar nicht so das Richtige, aber was wäre denn das Richtige? so eine, wo wir die dann einfach vollrümpeln, dann kommt man überhaupt nichts ran. Ja, so eine, ne? Ah, das würde schon, würde schon. Die große Hörmann hier. Da dann Trecker rein und zum Teil so kleine Anbaugeräte. Oder hier nochmal so eine und da wirklich die Sachen rein, die wir nicht so oft brauchen. Zwei vielleicht davon. So, für dich, das würde ich ja auch. Das würde ich ja auch sehen, ne? Dann hier, weil da kommt ja jetzt erst noch das, da kommt jetzt erst mal noch die hin. Oder kann ich mich genau hier dran ausrichten? Zack. Endlich mal wieder eine Folge. wo wir ein bisschen malen können. Und das mache ich jetzt mal mit Absicht. Hier brauchen wir jetzt dann nicht diese ganz großen Geräte reinfahren, sondern die etwas kleineren, die, die wirklich so mehr Schwung brauchen. Dann nehmen wir die andere. Ich lasse das auch bewusst mal ein bisschen so. Was mir jetzt fehlen würde, wäre hier ein bisschen was. Ja, ich nehme immer die, weil die so schön schlank sind. Aber der ist eigentlich auch okay. Dann haben wir da mal zwei von. Ah, da haben wir zwei gepflanzt für den einen, den wir abgeholzt haben. Ich nehme jetzt trotzdem noch mal, der ist hier so ein bisschen drin reingewachsen. Und hier, ich finde die eigentlich schön, gebe ich zu. So, und dann muss hier ein bisschen Deko her. Wir müssen, das kommt ja wirklich auf die Details an. Müll. Wir packen hier einfach Müll hin. Der Delfinstart wird. Dies mit den Autos, das hatten wir schon. Das fand ich aber cool. Was ist das? Ein Sack. Aha. No offense. Eine Mikrowelle, ein Weihnachtsbaum. Noch springt mich nichts an. Also ein Wagenrad geht eigentlich immer. Das können wir schon mal machen. Hier steht eine Bank. Oh. Kosten eines Busches. Fahrplätze. Ja, genau. Das ist mal cool. So ein Ding hätte ich ja wohl auch gerne, ne? Den pflaster ich jetzt hier mal alles voll. Okay. Sorry. Kurzer Exkurs. Was passt denn da jetzt noch? Holz? Das haben wir auch alles schon. Ein alter Autoreifen. Finde ich wiederum, ich meine hier vor, ein Stein. Das ist natürlich auf jeden Fall immer ein Garant. Dann hätten wir noch eine andere Steine, ne? Eistruhe, eine Milchkanne, eine Parkuhr. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch Deko hätte, aber... Kleines Umspannwerk. Das ist doch ganz cool. Oh ja. Zwei so Fässer. Hier ist ein bisschen Holz. Ich und mein. Gut, ich glaube, ich würde es auch nicht übertreiben. Habe ich es ja vielleicht schon. Jetzt muss ich nur ganz kurz die Büsche, die hier weg sind... Er fährt sich ja auch ein, so recht. Nee. So. Oder? Für den Moment bin ich es erst mal ganz okay. So, dann haben wir hier noch eine Halle. Sehr cool, finde ich. Können wir hier ein bisschen aufräumen. Die Börge. Gut, die machen wir auch gleich noch schnell platt. Hier ist weiterhin dieser Platz, wo wir mal schnell was abstellen können, wenn gerade mal keine Zeit ist. Und das meine ich mit hier so etwas kleinere Gespanne. Die können dann hier bequem rein. Die etwas größeren fahren wir in die andere Hörmannhalle. Und, ähm, dann muss ich sagen, sind wir platztechnisch jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Hat auch ein bisschen Geld gekostet. Jetzt die beiden Hallen mit Deko bestimmt eine halbe Million. und so. Ich probiere mal, ob das überhaupt geht. Ich will ja nur mal wissen, ob das geht. Boah, ruckel, ruckel. So, und bevor sich jetzt einer wundert, ja, in dieser Schaufel habe ich quasi das Gewicht deaktiviert. Die ist auch größer gemacht. Angepasst hier auf die Map. Eine der kleinen, wenigen Ausnahmen. Also sonst habe ich nichts geändert, bis auf einige Lagergrößen der Produktion. Das hier ist die einzige, das einzige Fahrzeug, was gemoddet ist. Also diese Schaufel. Nicht mal ein Fahrzeug, sondern nur diese Schaufel. Hier ist es auch wirklich cool. Gefällt mir auch. Hier ist auch richtig was los. Jetzt brauchen wir mit den Hühnern. Dann müssen wir hier so den Weg zu den Hühnern machen wir so ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken. Da muss ich diesen neuen Rundpinsel einsetzen, von dem ich gestern gelernt habe. Okay. Ich würde jetzt folgendes vorschlagen. Ich baue jetzt das Gewicht nach hinten an. Und dann würde ich vorschlagen, beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir in den Februar. Wir werden unsere Baumwolle einpflanzen. Wir werden noch ein bisschen was verkaufen im Februar. Auf jeden Fall das Holz hier. So, jetzt wollte ich den schon anhängen, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das hier wird im März verkauft. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Geld, für ein neues Feld. Und dann haben wir wirklich wieder viele neue Sachen. Wir haben das neue Maisfeld. Wir haben die neuen Hallen. Ja gut, neue Trecker haben wir erstmal nicht. Wir haben die zwei Drescher. Den haben wir ja auch noch nicht so lange, den zweiten. Und nach dem Feld, glaube ich, spare ich auf den zweiten Häcksler. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den Kompaktlader kaufen soll. Ich weiß aber natürlich nicht, kann der hinten noch ein Gewicht anhängen? Ne, ne? Könnte natürlich sein, dass der der sowieso nicht. Ja? Wenn man den irgendwie konfigurieren, dass der hinten ein Gewicht dran hat. sieht erstmal nicht so aus. Wahrscheinlich kann nur dieser Trecker oder ein Trecker in der Größe zwei von diesen Wänden hier aufladen. Dann müssen wir es weiter mit dem machen. Aber eigentlich brauchen wir den im Haupthof. Also hier muss irgendwas anderes hin. Aber der kleine Thorion, der schafft überhaupt nichts. Der ist hier nur, das ist hier wie so sein Gnadenhof. So, vorwärts fahren wir schön. Gut, dann haben wir das auch. Dann schicke ich den noch los. Dann haben wir wieder richtig ordentlich was geschafft. Wir sehen mal zu, dass wir dann wieder ein bisschen was in den Boden kriegen, auf die Felder. Denn nur so wird Geld verdient. Wobei die Produktionen, die werden jetzt schon Stück für Stück uns auch richtig dauerhaft mit Geld versorgen. Also ich gehe dann irgendwann bald wirklich von einer halben Million pro Monat aus, die reinkommt. Das ist dann schon sehr angenehm. Fener Export Hafen. Und mit diesen Worten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.